So Leute Hedge, Willkommen zur nächsten Folge von Battlefield 4 Multiplayer Battlefield 4 Battlefield 4 Battlefield 4 Oh Gott Oh Gott Und wir fangen direkt an hier, es hat schon gerade eben angefangen Ich habe hier so einen sch***er Panzer, wo bist du überhaupt? Auf dem Quads Oh Junge, das kann richtig cool werden Ich habe noch Eiscat, einer damit gekillt, oh Gott Nein, warte, warte Obwohl, ne ist okay, ist okay Ne, das ist so ein Einsitzer Achso Nein Oh Gott, wie scheiße Oh Mann Die denn? Ah ja, und ich habe mir noch einen Gamertag überlegt Äh, wie wäre es denn mit Farbiger Peitscher 13 Warum denn 13? Oder ist es? Aber Farbiger Peitscher finde ich lustig Nennt mich Rassist, aber das war echt, war nicht Farbiger Peitscher, da habe ich echt gelacht Gibt hier übrigens Rückendeckung in der Pistole Ah, ein Führerschein, du Lappen Ah, hier sind sie doch Ja, hier sind sie doch Ja, hier ist ein Panzer übrigens Ja, hier sind doch Gegner Bleibt jetzt alle weg, Alter, gib dir, pass auf Nein, das wird jetzt richtig peinlich werden Werbe So, komm mal weg Gott Danke Der auch noch Der auch noch Das ist Oh Mann Das reicht uns nicht Nein, ich bin so ein Lappen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ah, der von eben Ah, der von eben aus der Runde Wir nehmen gerade übrigens zwei Folgen hintereinander auf Ja Ja So, ich gehe jetzt auf den Sniper-Turm Womit? Werden Mütter gefickt? Ich habe keinen Sniper Sniper Und uns folgen Rachel, scheiße, uns folgen Rachel, nein Ja? Ja, aber auf der Karte sind gerade unter uns Rachel auf jeden Fall Aber wir sind gleich so hoch, da können wir es ja nicht mehr holen Dann geh du weiter hoch und ich warte hier Okay So, ich bin, na fast oben noch eine Treppe muss ich Ja, hier kommt keiner Okay Hier warte, fang Wie hoch wirft ihr die denn? Ich bin ganz oben Ja, wow, da kam gerade Boah, krass Alter Pass auf, pass auf, ganz oben ist einer Ganz oben ist einer Ganz oben ist einer Ja, ich bin schon wieder unten Da kam gerade so ein Jet Was macht der denn da oben, frage ich mich dann Egal, ich töte ihn jetzt, Alter Und der mit der Bombe? Ja Ja Aber es ist so schnell für mich Aber sie sind gegen eine Wand gefahren Jetzt hier ist der Bonnentriger Und der andere hat mich gefällt Er killt mich Oh Gott, ist das kacke, der Typ Was ist los mit dem, Alter? Ja Du bist ja ganz oben Ja, ganz oben Du hast auch auf der Guckt auf dich Wenn du das überbarst Gerade Nee, nee, ich bin schon Heli Flieg, flieg auf den Turm Dass ich ihn killen kann Okay Bin auf der rechten Seite von dir Bin ich jetzt echt gestorben? Nein Ich kann nicht da durchfliegen Oh, scheiß Oh, oh, oh Ey, der Typ ist da immer noch drauf Ey, das dreht mich gar nicht wohl auf, ne Bis der Jet da ist oder so Ah, du bist noch am Leben Okay, cool Der Spawn Ich wollte aber grad auch rausspringen Dann können wir den irgendwie zu zweit Ach, da ist er Hab ihn, hab ihn, hab ihn Cool, und du hast nen Jet Und raus hier Bin noch drin Los mit dir, Maurice Warte Lappen schossen Okay Du hast nen Scheiß Huren so nen Jet Der uns eben auch schon abgeballert hat Der suche nach Gegner Ah ja, dann spiel's mal normal weiter Krieg ich keine Kills Ich glaub der die jetzt gekillt hat So, ich bin hinter dir Über uns, ne Ah, die Bombe ist einfach im Hedi Ist ja voll kacke Ach so Ah, da unten ist ein Quad Ah Ne, ich krieg's ihn nicht Ah, da unten steht noch ein Quad rum Wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Ich mach äh Fußmarsch Entschuldigung, ich hab ja Und das Spiel ist vorbei Wow Okay Also sonst bei äh Vernichtung gewinnen wir eigentlich immer, ne? Also kennt ihr ja bestimmt von Team Deathmatch Aber jetzt äh Da geht gar nix Eins, zwei Ja, dritter Kann man noch dran arbeiten? Du hast nen 1 zu 7 Du hast nen 1 Äh, ich hab nen 1 zu 2 gespürst Ach so, ich hab wirklich 3 zu 7, Alter Ich bin der Babbo, ey Aber jetzt bist du noch da? Fand ich wirklich doof Muss ich ganz ehrlich sagen, Alter Mein Boot Bode, Bode Boote, 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 Boote Boote, Boote, Boote Jetzt werden wieder mit der gefickt Jetzt, jetzt, jetzt schwöre jetzt Jetztse Boah, guck mal wie sie alle mit dem Fallschirm Puh, okay Ah, jetzt krieg der Typ nicht gekillt, Alter Weil das Boot scheiße ist Wollt ich jetzt sagen Er kann das Boot ja nix dafür Bei A sollst du Hä? Was? Ich hab Spaß, der Sniper trifft hier nicht, Alter Ich hasse es Tiu, Tiu Ah ja Hinter mir, Junge, jetzt Wo ist der Hurensohn? Hass ist ernst, sollen sie einfach direkt treffen, mein Gott Das fackt mich mal so übel ab Eine Bootsfahrt, die ist lustig Eine Bootsfahrt, die ist schön Ich kenn den Text weiterhin nicht, aber ist auch egal Aber, niemand kennt den scheiß Text Ich wechsle mal zur anderen Seite Ne, da ist schon einer Wir hätten das anderes Boot Böööööööööööööööchar Wo ist es hin? Er ist weg Kputt Irgendwo noch ein paar Gegner Wir patrouillieren hier, wir sind sofort die Patrouillierer Ja Das ist unsere Island, Alter Unsere Island Ich sehe einfach irgendwo Island, der küsste hier auch keiner, was ist los? Ich auch nicht Ich mag auch, deswegen mag ich, oh scheiße, oh oh oh, kacau Was? Deswegen mag ich auch die Map eigentlich nicht Der auf der anderen Seite ist bestimmt voll mad Weil da einfach nichts abschießen können Ich bin ja auf der Kistenseite, wenn hier irgendwo einer ist, dann Wenn hier irgendwo einer ist Das ist echt so, wenn irgendwo Wenn ich die abschießen Also in diesem Turm? Da oben? Bäume Achso, ne ne, ich hatte noch drauf geschossen, falls einer wäre Weil das sind ja meistens welche Jaja So jetzt, Junge Da! Da hinten, da hinten Links von uns ist der Heddy Da hinten ist ein Boot Der Heddy ist abgestürzt Rechts Rechts Pass auf, jetzt links Okay Hier Ist doch keiner mehr drümmel Doch! Da hinten Hab ihn Und hab ich irgendwas geräumt? Da ist auch nichts mehr Wieder feindliche Schritt Ja, da hinten Ja, da hinten Ja, da hinten Ja, da hinten Fass'n wir krass Eine Treppe Das ist zwar eigentlich voll mies, aber Sieg ist ja alles erlaubt Acht mal drauf, dass hier keiner irgendwie Bootspawner uns wegfickt Da hat einer im Boot geflaut Ja, ich hab's gesehen Ja, ich hab's gesehen Ja, ich hab's gesehen Hä, was macht der denn? Da steht der Spasti da rum, Alter Die kommen da nicht raus Hier sollen wir fahren Ja, lass mal hier drin bleiben, hier ist cool Ja Ich mein, die kommen dann hier eh nicht raus So, an der Wand Ja, er spawnt, Alter Ja, was ist los? Alter, hab ich das gerade erschrocken, ne? Red die über uns Wieso hab ich den Wecker für 0 Uhr? Minecraft Achja Hinter uns Die kann uns abschließen, der ist im Wasser, der Jeep Wo ist der? Der ist untergetaucht Keiner findet ihn gerade Das war ja Gar nicht mehr so einfach hier Fahr mal raus, fahr mal raus, fahr mal raus Fahr mal raus, fahr mal raus Ja, ich muss ihn sehen, ich seh ja den nix Jetzt hin, hab ich getroffen? Hab ich ihn? Ich hab ihn, ich hab ihn Wieder rein, ne? Ja Jetzt spawnt wir wie keiner mehr Ja, kommen wir gleich Die alle mad, oder was? Aber ne gute Idee, muss man sagen Ja Wir kommen wieder Eigentlich ist es ja voll schwer rein zu fliegen Weil da so ne Also rein zu fahren, weil da so ne Also so ne Fette Railgun vorne ist Die eigentlich Wo eigentlich immer irgendein Spasti drinnen sitzt Der sich dann direkt wegfickt Ja, ja Aber da war irgendwie grad keiner Und der da vorne mit dem Boot Mit deren hierboot Weil... Das ist ein Jedi, übrigens ist ein Jedi Den fick ich grad übel weg Kann ich anhalten Warum kann ich nicht mehr schießen? Oh Gott, das fuckt mich grad alles so ab Jetzt hab ich grad einen voll wegficken können Dann kann ich nicht mehr schießen Ich weiß grad nicht wo Ich hab null zu null Nein Boah Ist ja egal, wir patronieren hier Ja Ja man Hier oben Außerdem Wir brauchen noch ein Bombenziel Dann haben wir gewonnen So, jetzt kann ich mal zur anderen Seite wechseln Und dieser Typ zum Glück raus Ist auf der anderen Seite, ne? Nur dass du Ja Bescheid weißt Jetzt geht's hier ab, Junge Jetzt ist hier Äh Irgendein fette Sound ins Wasser gesprungen Jetzt kommen wir in die Monsterwellen, ne? Nee, aber auch kein Jedi So jetzt einfach Rote Hose wieder, man Hier Boot! Nee, das ist anders Ja Grad voll excited Boot Hier kann man vielleicht Arrium gewonnen Sauber Wir sind Killer Nö Gut, dann soll's das jetzt auch Schon wieder gewesen sein Du hast das Schlusswort Das ganze Respeat habe ich bekommen Du hast das Schlusswort 365 Punkte 1600 Punkte 2 zu 0 2 zu 0, Junge 2 AKD Geil Also ich war positiv fast Wunderbar Du hast das Schlusswort Äh Schlusswort Cool